okay bummel was war das denn die zone 2 ist hart knackig junger holy guck mal hier hier ist direkt der healer machen so der kriegt arme und mehr leben also müssen am fähigen fall nächsten man hier das elite wir kommen hier nicht nicht wir kommen sogar nicht an die elite vorbei doch können wir mal jetzt müssen wir ein bisschen vorsichtig spiel die healerin macht kaum damage macht der mensch tag mehr könig dein einsatz wir gewinnen durch bitch slap es junge der healerin ist auf jeden Fall kein guter damage die Leute purer heal komm komm könig bitch slap sie aus dem leben wirklich ein slap ich kann gar nicht nachsehen komm healerin healerin ist OP healerin ist so OP guck dir's an mein könig stirbt nicht mal easy da kann man auch gewinnen mit bitch slap da ist schon der nahkämpfer nahkämpfer erstmal amore leben ist es wäre auch nicht schlecht für die meine dings so jetzt kann man ordentlich fighten ja perfekt mal hier keine schnitte easy easy jetzt bleibt auch so ne ich dachte er bleibt jetzt für immer so das gute ist seine fähigkeit ist egal basierend wie viel leben er noch hat sondern er macht er verwandelt sich in einen bären sobald er auf 15 damage kriegt boah oh mein oh russi oh russi oh russi oh russi oh francy haste also das komplett wieder troll hier russi also wir wollen der mensch immer mit mädchen muss jetzt irgendwas kaufen sonst sonst das gefühl wird die nächste runde nicht schaffen dann oder plus der mensch immer die maus einstellung und die größer machen also wir könnten paladin holen dann hätten wir schon mal mehr heal wenn ich seiner bescheid sagen kann dass ich mal hast gehabt ich könnte so kriegst einfach mal die nurse kann ich upgrade aber nehmen wir noch das mit jetzt haben wir zwei in der kämpfe aber so schlimm die eine behalten wir aber der andere läuft ja random und die weg die sind nicht mal verwandelt so broken waren wir so schnell und broken waren wir auch der berg der gewinnt und ein bisschen bewegen alle der mädchen macht ja gut damit schon mal holy shit au day da ist unser bär boy bär boy finden für die mädchen nehmen der mädchen sowieso kacke sowieso nie haben macht den bären lieber ich will kriegen extra units und sind einige fucking op wenn sogar ein bisschen upgraden gerade kann man nicht upgraden frenzy oder besseres amor also der aber doch den upgraden und dann können wir auch den bisschen upgraden 7 no hands rusia für eine einzige warte mal wir können sogar beides nehmen holy shit machen wir mal so irgendwas upgraden wenn wir nicht müssen weiter also unser bären bären brüder es wird auch wieder knapp schaffen wir was ist das für ein kloß welt bett ab einer auge steht müssen halt problem ist wir sind an diesem ort gebunden so an wären kommt schon ein bisschen rennen die bären sterben münster müssen diesen mage weg machen die bären letztes mal was nicht geschafft jetzt 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 geht es einer klose ab ans leben dazu das auch nur so schock nur so aber die ist ohne schaffen wenn ich die nächste runde wird schwer straight haben wir nicht was haben wir protagonist haben wir taugt haben wir also wir können den verkaufen dann kriegen wir beide hier weg weg ein lucky kaffee kriegen wir sowieso nicht raus wir wollen mal jd business hast hast haben wir das ist die kann wir nicht und hans und haste die upgraden können unseren bären upgraden er braucht noch ein bisschen weiße tja das wird knapp das geben du nochmal so dann hat er mehr armor wir haben nicht dass er es schafft wir geben wir unseren dings und den geben wir mal mehr leben die müssen tanken müssen einfach überleben sonst ist ripp so okay gut wir haben ein paar eignisse ich hoffe mal die bringen uns jetzt weiter aber sonst sehe ich schwarz jungen you try to warte mal you find an upro around a small square it looks like the bard pissed off the people of the there werden this is off keynotes he is tied on the pillory while an angry grower rotates the fruit and him okay ignore the crowd and move you try to increase the fruits for your drugs trying to release the bard selfy throw the loot into the bards also das hängt davon ab was wir jetzt kriegen oder was nehmen was wir dafür kriegen pff damit können wir die upgraden 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 also ich werde immer mehr upgraden oh my oh my oh my you diesley everyone for the brief moment with the divine light and throw the bards off key loot into the hands the bard plays such a deploring melody the sequence that everyone run away at the end before the bards say goodbye and leave for other stories he gives you a gift und unit loot alter hoffe das ist gut meine one heavenly 150 haste and one left 50 haste parry also broken einfach nur broken schau mal hier okay was ist das damage haste noch mehr oh boy also den können wir schon mal dick upgraden der kriegt haste damit da keiner schneller uns heilen ich kann eigentlich so machen und dann ist er max stufe wir machen auch ist das hier zack machen das das hier zack meine herz dazu 155 haste junger let's go 50 haste one heavenly heavenly i get it ach heavenly 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 ah ok 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 ich check das hoffe mal das klappt jetzt weil das wird jetzt richtig knapp ich habe jetzt nur eine lite ein bisschen abgegradet wir switchen mal er wird unser unser ding nein 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 go back go 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 back go back machen wir so los das was oben ist ist meistens das was ihr auch im cursor habt ja ich weiß habe ja gesehen was er ist jetzt hat er auf jeden fall die boni schade du bist du bei so wir haben auch noch ein off chest battle lights on hit 200 chance unleash lighting ah so ok 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 das ist nur eine passive aber super wenig gold und scheiße Tasty Frenzy also wir können den vielleicht upgraden Die können wir nicht. Die hat kaum Punkte, oder? Kaum. Hallo? So. Das. Nein, nicht das. Das hier. Hä? Ach, da hier. So. So war es. Ah, Chunks, Unleashed, bla bla bla. Eigentlich würde ich ein Leben geben. Ah, wir machen das so. Warte. Armor, health. Armor, damage. Der kriegt Damage. Let's go. Unsere Damagequelle würde es sein. Rush, Rush, Heavy. Warte, wenn es Rush? Den können wir auch upgraden. Warte mal, warte, warte, warte. Die können wir doch auch dick upgraden. So. I have an idea. Wir tauschen mal das hier. Das hier. So. Jetzt muss es gehen. Jetzt. Jetzt muss es hier richtig abgehen. Wir haben ja gesagt, wir haben noch ein Fragezeichen. After cheating some adventures in the Tavern, the local guard is looking for your party. And they are close in front of you. There is a parade going on. What do you do? Eine Parade. Hmm. Hits the drums. Das heißt, wir werden die Dings upgraden. Blended. Do you understand the words that are coming out of my mouth? Also wir blenden sie mal. Dann kriegen wir hier die Haste, die Tokens. Ganz gut. Ein bisschen Gold. Das war mein Plan. Weil dann kann ich den hier machen. Zack. Die ist schon direkt ins Level 1. Wir brauchen hier, 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 hier. Aber keiner hat so. Können wir irgendwie einen Upgrade? Können sie nochmal einmal upgraden? Okay, gut. Die sind alle useless. Kann ich halt nicht nutzen. Sag mal, wir rollen. Okay. Guck mal. Guck, 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 guck. 75% haste. Entweder mache ich meinen Wolli-Bear noch stärker oder ich mache meine Dings noch stärker. Ah, schwere Entscheidung. Schwere Entscheidung. What are we going to do? Oh. Sowieso nichts, meine. Ah, die zwei zu upgraden. Und das ihr Frostplate ist auch nicht schlecht. Lassen wir so. Lassen wir mal so. Hier ist noch der letzte Fight. Okay. Okay, Wummel. Holy shit, was war das denn? Ach, das war Smite. Das war Smite von unseren... Oh, my. Der hat... Tötet ihn. Jetzt bauen wir safe healing. Komm, Leute. Es ist nicht vorbei, buddy. Das ist, wo es alles startet. Du weißt, was ich spreche, richtig? Wir müssen hier tronen. Sing, 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 sing. Sing, sing, sing. I'm dying. Help me. Das wird nicht gut gehen. Komm. Pum. Alter, das war close. Ich hab schon Panik. Holy shit. Ich dachte, es war... Bruder. Der hat so viel Damage gekriegt. Aber der ist schon fertig, wa? Ja, der ist schon fertig. Weil, dass ich diese Token es nicht eintauschen kann oder so. Self one. Also das hier müssen wir uns gönnen. Das muss gegönnt werden. Also der macht super viel Damage. Denk mal, wir machen Haste weg. Wir machen Damage dafür. Weil das war ja broken, oder? Holy shit. Dann graden wir unseren Bulli ab. Da haben wir Protagonist Rush. Wir rollen nochmal. Oh, und da ist der Upgrade. Wir haben sogar noch ein Dings Rush gekriegt. Können wir nicht verwenden. Schade. 25 Health. Der kriegt erstmal Lifestyle Dick. Ja gut, mehr kann ich sowieso nicht machen. Das ist schon... ...sollt. Vielleicht noch... ...die Heavy. Ne, kann ich nichts mehr machen. Ich kann auch kein Upgrade von den beiden. Also diese Max Stufe. Ich weiß, die sind komplett Max. Apropos Max. Was war ich denn da? Taste. Wir müssen da sein. Wir müssen da sein. Wir tauschen mal. Dann kann er einfach mal fucking hier abgehen. Naja, das ist keine 200, aber... ...passt. So. Jetzt der Boss. Wünschen mir Glück, Leute. Ich habe keine Ahnung, was passieren wird jetzt hier. Final Round. Holy Shit. Ja, damn. Ja, damn. Mach die weg, mach die weg. Mach das weg, mach das weg, mach das weg, mach das weg. Mike. Perfekt. Ich hoffe, der kann das tanken jetzt, ja. Da kommen die Bären. Mal ein bisschen zurück. Mike. Geil, Junge. Holy Shit. Das Mike ist ja OP. Schnell, 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 schnell. So, gucken wir mal, wo die Gegner sind. Wir sind hier. Wir müssen die weg machen. Zack, 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 zack. Oh, nicht da hinlaufen, Junge. Ja. Boogenschützer kriegt so viel Damage. Nein, perfekt. Zack. Zack, 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 zack. Das ist gut, das ist gut. Das läuft bis jetzt gut. Noch läuft es gut. Jetzt gucken wir mal, was der Boss kann. Ein Hut, Hut. Kann keinen Dings ausmachen. Oh Mann, ich bin gut. Ich habe das Pattern direkt rausgekriegt. Oh Mann. Er kann auch noch spawnen, Alter. Oh Mann, das sollte eigentlich schießen sein. Komm, zack, zack, zack. Ist immer am Rande? Ja, easy. Ich denke mir da. Holy Shit, was war das denn? Er hat mich aufblade. Oh Gott, Jesus Christ. Er hat mich aufblade. Ah. Muss man mal aufpassen. Er hat mich ganz hart aufblade. Okay, gut. Jetzt läuft das gut. Okay, gut, 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 gut. Nice. Komm zu Papa. Bär, komm. Oh, Bär ist schlecht. Ich muss ihn mir öfter smiten, Alter. Wee. Komm. Komm, smite ihn. Smite ihn. Ich will das ja sehen, smite ihn. Ich hole mal da. Wee. Komm, smite ihn. Oh, er hat mich gesmited. Wee. Jetzt. Hä? Was ist das? Hä? You will never catch me. Verlass den. Oh, shit. Aufpassen. Winter is coming. Auf. Auf, raus. Smite ihn, smite ihn, komm. Meiden, wo ist das, meid? Mein Sohn. Gosh. Oh, smite. Oh, smite. Let's go, Junge, let's go!